NUBERT – mehr Klangfaszination Willkommen bei NUBERT erklärt. Wir stellen Ihnen heute die aktuellen NUBERT Soundbars vor und zeigen Ihnen, welches der vier Modelle das richtige für Sie ist. Soundbars sind rundum glücklich Pakete fürs Heimkino. Ein komplettes Lautsprechersystem inklusive Verstärker und cleverer Akustiksteuerung, das die Klangkulisse beim Fernsehen hörbar aufwertet. Egal ob Hollywood-Blockbuster, Sportübertragung, Action-Gaming und sogar die Nachrichten. Mit einer NUBERT Soundbar macht Home Entertainment einfach viel mehr Spaß. Viele moderne Fernseher klingen dünn und blechern, weil selbst hochwertige TV-Geräte in ihren extra schlanken Gehäusen oft nur kleine, schwache Schallwandler verbaut haben. Genau deshalb haben wir uns bei NUBERT für die sogenannte Sounddeck- oder Soundboard-Bauform entschieden, die genügend Raum für starkes Speaker-Chassis lässt. Soundboards werden platzsparend vor oder unter dem Fernseher aufgestellt, dem Sie gleichzeitig als formschöner Sockel dienen können. Von NUBERT gibt es aktuell vier Soundbars. Die NUBOX AS 225, die NUBOX AS 425 Max, die NUPRO AS 3500 und die NUPRO XS 7500. Allen Modellen gemeinsam ist die klassische Zweikanal-Ausführung, die echte Hi-Fi-Klangqualität und maximalen Musikgenuss garantiert. So steigern NUBERT Soundbars nicht nur das Fernsehvergnügen, sondern können auch eine traditionelle Stereoanlage ersetzen. Die vier Geräte unterscheiden sich natürlich in mehreren Punkten, die wir im Folgenden aufzählen. So finden Sie bestimmt die passende NUBERT Soundbar für Ihre Ansprüche. Die NUBOX AS 225 ist die kompakteste Soundbar aus dem Hause NUBERT. Mit einer Breite von nur 60 Zentimetern findet sie auch auf kleinen TV-Möbeln Platz. Wir empfehlen Sie für Fernseher mit einer Bilddiagonale von bis zu 42 Zoll. Alternativ kann die NUBOX AS 225 auch in ein Regalfach einziehen oder als klanggewaltiger Monitorständer dienen. Der Anschluss erfolgt via HDMI ARC die Steuerung einfach per Fernbedienung. Angesichts der kompakten Abmessungen überrascht der selbstbewusste Auftritt der NUBOX AS 225. Dialoge sind besser zu verstehen, Soundeffekte klingen realistischer, Filmmusik einfach schöner. Dank des Bluetooth-Empfängers spielt die NUBOX AS 225 die Lieblingssongs vom Handy ab. Dafür haben wir dem Stereoboard vier Klangmodi spendiert, die Musik und Filmton bestmöglich aufbereiten und die Stereobühne vergrößern. Wir nennen diese clevere Technik Horizonterweiterung. Der integrierte Verstärker leistet 100 Watt und treibt je zwei Hoch- und Tiefmitteltöner an. In kleinen bis mittelgroßen Räumen begeistert die NUBOX AS 225 damit mühelos das Publikum. Die größere Schwester der AS 225 heißt NUBOX AS 425 Max. Sie ist mit fast 87 cm Breite ein ganzes Stück weiter als die kleinste NUBOX Soundbar, aber ähnlich flach. Damit bietet die NUBOX AS 425 Max genug Raum für gleich vier Tiefmitteltöner und ist mit 160 Watt noch leistungsfähiger als ihre kleine Schwester. Ein weiterer Pluspunkt, auch Fernseher jenseits von 50 Zoll Bilddiagonale finden auf der NUBOX AS 425 Max Platz. Die NUBOX AS 425 Max ist aber nicht nur klangstärker, sondern auch noch umfangreicher ausgestattet. Zum Beispiel versteht der HDMI-Eingang auch den neuen eARC-Standard und der Bluetooth-Empfänger unterstützt die hochwertigen APTX HD und AAC-Kodex für hochauflösendes Musikstreaming unter iOS und Android. Surround-Tonspuren in Dolby Digital oder DTS Digital kann die NUBOX AS 425 Max für die Stereoausgabe optimieren. Aufgrund der breiteren Schallwand punktet die NUBOX AS 425 Max mit einer plastischeren Bühnendarstellung als die kleinere AS 225 und hält obendrein einen speziellen Klangmodus zur Sprachverbesserung bereit. Die Voice Plus Schaltung arbeitet mithilfe eines ausgefeilten Algorithmus, Stimmen, Umgebungsgeräuschen oder Musikuntermalung heraus und steigert so deutlich die Sprachverständlichkeit. Die AS 3500 ist Teil der NU Pro Serie, die sich im Vergleich zur NUBOX Baureihe durch noch umfangreichere Ausstattung und modernere Optik auszeichnet. So ist das Gehäuse der AS 3500 zwar kaum größer als das der günstigeren NUBOX AS 425, weist aber weichgerundete Kanten und eine edle Schleiflackierung auf, was die Soundbar noch wohnlicher und wertiger wirken lässt. Der Verstärker des Sounddecks treibt mit bis zu 180 Watt Spitzenleistung neben zwei Hoch- und zwei Mitteltönern auch zwei Subwoofer mit extra langem Hub an, welche auf der Unterseite des Gehäuses eingelassen sind. Dadurch trumpft die NU Pro AS 3500 mit Abgrundtiefen und druckvollen Bässen auf, die besonders Action-Szenen eine kinowürdige Klangkulisse verleihen. Auch bei der NU Pro AS 3500 wertet die Voice-Plus-Schaltung die Sprachverständlichkeit auf, während der Wide-Effekt die Stereobühne ausbaut. Der Fernseher nimmt über HDMI mit EARC-Support Verbindung auf. Weitere Zuspieler wie Netzwerkplayer, Set-Receiver oder Spielkonsolen lassen sich an drei zusätzlichen digitalen und analogen Anschlüssen betreiben. Selbstverständlich streamt die AS 3500 via Bluetooth auch Stücke vom Handy. Dank APT XHD und AAC sogar in hochauflösender Güte. Unser Topmodell NU Pro XS 7500 ist in jeder Beziehung mehr. Größer, kräftiger, lauter, fähiger und schöner. Bei einer Breite von 120 cm und einem Gewicht von 32,5 kg sollte klar sein, warum wir die 7500 auch unsere XXL-Soundbar nennen. Man sollte am besten vor dem Kauf prüfen, ob die Möbel die kombinierte Masse des Stereobords und des Fernsehers tragen. Zumal die NU Pro XS 7500 auch TV-Geräten mit über 60 Zoll Diagonale sicheren Stand gewährt. Mit insgesamt sechs Verstärkerkanälen entfacht der Digital Amp der NU Pro XS 7500 atemberaubende 800 Watt Spitzenleistung. Mehr als genug selbst für große Wohnräume. Weil die beiden Hoch- und Mitteltöner weit auseinander liegen, zeichnet die High-End Soundbar eine besonders breite und plastische Stereobühne. Mit zwei 20 cm Subwoofern auf der Unterseite und einer unteren Grenzfrequenz von 25 Hz begeistert die XS 7500 zudem mit tiefen, knackigen Bessen. Sollte trotzdem noch der Wunsch nach einer größeren Klangkulisse oder noch mehr Basspower aufkommen, kann die XS 7500 zusätzliche NU Subwoofer oder Aktivboxen aus der NU Pro X-Serie drahtlos ansteuern. Und natürlich empfängt die XS 7500 auch High-Res-Tonsignale per Bluetooth von Tablets und Smartphones. Zudem bietet sie noch mehr Anschlüsse für externe Zuspieler, darunter selbstverständlich auch einen HDMI-Port mit ARC-Unterstützung. Als Spitzenmodell und Vertreterin der NU Pro X-Generation bietet die XS 7500 einzigartige Möglichkeiten, um den Sound den Wünschen der Zuhörerinnen und Zuhörer anzupassen. Da wäre etwa die automatische Raumeinmessung X-Room Calibration, mit der sich die Basswiedergabe perfekt auf die akustischen Gegebenheiten des Heimkinos abstimmen lässt. Mit dem 5-Band-Equalizer und der Hochtieftonregelung lassen sich obendrein Stimmen besser herausarbeiten oder mehr Bässe für spektakuläre Konzerte herausholen. Vergleichen wir zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Pluspunkte und Ausstattungsmerkmale der vier NUBERT Soundbars. Günstig, kompakt und klangstark präsentiert sich die NUBOX AS 225. Perfekt für kleine bis mittelgroße Wohnzimmer und TV-Geräte. Die NUBOX AS 425 Max punktet mit einer breiteren Stereobühne, mehr Leistung, Decoding für Dolby und DTS sowie hochauflösender Klangqualität via Bluetooth. Die NUBOX AS 3500 tritt noch wertiger und wohnlicher auf und macht dank zweier Subwoofer auf der Unterseite des Geräts tieftonbegeisterte Film- und Musikfans glücklich. Als Soundbar-Spitzenmodell von NUBERT überzeugt die NUBOX AS 7500 auch besonders anspruchsvolle Klangliebhaber. Mit automatischer Raumeinmessung, zahlreichen akustischen Einstellungsmöglichkeiten, unerreichter Anschlussvielfalt und bequemer App-Steuerung ist die NUBOX AS 7500 ein echtes Rundum-Glücklich-Paket. Allerdings braucht die XXL Soundbar auch etwas Platz, um sich zu entfalten. Alle NUBERT Soundbars werten den Klang des heimischen Fernsehers hörbar auf und versprechen mehr Film- und Hörvergnügen. Wir hoffen, dieser Videoüberblick konnte Ihnen die Auswahl zwischen den vier Modellen etwas erleichtern. Weitere Informationen finden Sie auf www.nubart.de. Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Sie erreichen die NUBERT Akustikexperten telefonisch, per E-Mail oder WhatsApp. Nutzen Sie die Gelegenheit zum privaten Hörtest in den eigenen vier Wänden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei NUBERT erklärt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017